Hallo zusammen, ich möchte heute mal über ein Bild reden, das ich im Internet entdeckt habe und das mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar waren das vier verschiedene Bilder in einem Bild. Im ersten Bild war da ein Esel und es saß ein Mann auf dem Esel und hintendran eine Frau. Und nebendran standen zwei Leute, die haben dann gesagt, guckt mal an, wie sie zu zweit auf dem Esel reiten, das ist doch Tierquälerei. Auf dem zweiten Bild saß nur der Mann auf dem Esel und die Frau lief nebenher. Dann sagten die zwei Leute, schaut mal den Mann an, der war ein richtiger Patriarch, der lässt seine Frau einfach nebendran laufen und er reitet gemütlich auf dem Esel. Was für ein Arschloch, sinngemäß. Auf dem nächsten Bild war es dann so, dass da dann der Mann, die Frau auf dem Esel saß und der Mann nebenher lief. Dann haben die zwei Leute gesagt, guckt mal da, was für ein Pantoffelheld, lässt sich von der Frau alles gefallen und unterbuttern. Die Frau reitet und er muss nebenher laufen. Und beim letzten Bild riefen beide neben den Esel. Und die zwei Leute sagten, schaut mal, wie blöd die zwei haben den Esel neben sich laufen und laufen trotzdem noch zu Fuß. Und die Quintessenz dieses Bildes heißt, lass die Leute reden, sie werden sich immer das Maul zerreißen, mach dein Ding in dem Sinne. Ich blende das Bild vielleicht mal ein, wenn ich es noch finde in das Video, dann kann man sich das mal durchlesen. Ich habe sinngemäß wiedergegeben, so wie ich das jetzt empfunden habe. Und was kann man daraus lernen? Daraus kann man lernen, dass man eben, egal was man tut, dass es immer Menschen gibt, die das schlechtreden, die irgendwas dagegen haben, die irgendwas auszusetzen haben. Und oftmals hat es gar nicht unbedingt mit der Situation zu tun, sondern eher mit der Unzufriedenheit dieser Leute. Denn wenn die sich über andere auskotzen oder die Fehler anderer in den Mittelpunkt stellen, werden ihre eigenen Fehler und ihre eigenen gefühlten, für sich selbst gefühlten Unzugelänglichkeiten nicht mehr so wichtig. Oder die können schön verdrängt werden. Und das ist ein Phänomen, das passiert sehr häufig. Erstens kann man Mitgefühl mit diesen Menschen haben, die dauernd etwas an allem Möglichen auszusetzen haben, weil diese wahrscheinlich von sich selbst ablenken wollen und irgendwie was verdecken wollen oder wegschieben wollen, was mit ihnen selbst nicht in Ordnung ist, oder wo sie selbst sich nicht trauen, daran zu arbeiten. Also eher vielleicht Mitgefühl haben. Und zum anderen ist es wichtig, zu erkennen, dass wenn man versucht, nach den Ansprüchen der Außenwelt zu leben, dass man nie auf einen grünen Zweig kommen wird. Man wird es nie schaffen, irgendwie der perfekte Mensch zu sein in der Hinsicht, sondern man muss in sich spüren, was möchte ich denn? Wo geht denn mein Herz auf? Wo entzündet sich bei mir denn die Leidenschaft? Und man darf dann sagen, okay, was die anderen sagen, ist mir im Prinzip Pups. Da gibt es aber eine kleine Falle. Es gibt eine kleine Falle, wenn man früh, wo man das vielleicht noch nicht wusste, falsch abgebogen ist, falsch abgebogen ist und jetzt in einer Situation steckt, die man aufgrund von diesen Anforderungen der Umwelt an einen, wo man quasi sich hineingezwungen hat und da vielleicht jetzt schon zehn Jahre drinsteckt oder 20, mag es der falsche Beruf sein, mag es eine Partnerschaft sein, mag es die Wohnung sein, mag es sonstige Lebensumstände sein. Wenn man jetzt schon in dem steckt, wo man sich hineingezwungen hat, also wenn man damals auf so etwas gehört hat und jetzt das sieht und denkt, oh, jetzt scheiße ich mal auf alles, dann wird man keinen Eigenantrieb entwickeln können. Dann wird man plötzlich sagen, ach, erzählt mir doch, was ihr wollt auf der Arbeit zum Beispiel. Ist mir egal. Dann wird man aber aus sich selbst heraus kein Gefühl bekommen, auf was habe ich denn Lust. Ja, dann wird man in dieser Arbeit völlig unproduktiv werden. Vorher hat man zumindest noch diesen Sinn gehabt, ich will anderen gefallen. Dann lässt man das fallen, wenn man es kann. Aber da kommt nichts von innen heraus, weil man von vornherein einen Beruf gewählt hat, den Mutter, Vater, die Gesellschaft wollte und man selbst eigentlich mit so einem halbguten Gefühl da nur reingeht. Der Teil des guten Gefühls, warum man in den Job ist, war, weil andere den anerkennen oder weil, wenn ich es den Freunden erzähle, weil ich vielleicht viel verdiene. Ja, aber nicht, weil es mein Innerstes zum Leuchten bringt, sage ich mal, und mit Leidenschaft und mit Spaß und ohne viel Anstrengung in diesen Job gegangen ist. Und wer damals schon falsch abgewogen ist, der muss jetzt erst mal rückabwickeln. Ja, das heißt erst mal schauen, was bringt mich denn, was entfacht das Feuer in mir? Und dann diese Lebensumstände nach und nach anpassen. Ja, vielleicht ein neuer Job, vielleicht eine neue Wohnung, vielleicht ein neuer Partner, vielleicht gar kein Partner. Ja, vielleicht zwei Partner. Ja, vielleicht ein Haustier, vielleicht kein Haustier mehr. Ganz, ganz, vielleicht mehr Sport, vielleicht weniger Sport. Vielleicht aus der Stadt raus, vielleicht in die Stadt rein. Erst mal in sich hineinspüren, was ist denn da, was kitzert mich? Und dann, wenn man dann in einem Job ist dahin erfüllt, dann kann man sagen, es wird immer das Maul sich zerrissen. Und ich mache das, was mich zum Brennen bringt. Und da ist man dann schon in einem Nährboden, der dauernd einen wieder neu das Feuer entfacht und sagt, wow, cool, und in den Flow einen reinbringt. Und dann kommen diese ganzen Dinge von alleine, ohne diesen Einfluss von außen. Was wird erwartet und so. Das heißt nicht, wie in meinem letzten Video schon gesagt, dass man auch alles, dass man sagen will, ihr könnt nicht mal, redet gar nicht mit mir, um Gottes Willen. Nein, aber man ist dann offen für die Dinge, sagt, wow, interessant, und schaut, ob das reinpasst in dieses eigene Bild, in diese Leidenschaft. Man nimmt dann die Dinge von außen mehr spielerisch auf und dankbar auf und nicht im Sinne, oh Gott, ich muss so sein oder ich muss so sein. Sondern, wow, cool, ich habe da jetzt was entdeckt. Oh, der, der macht das so cool. Da schlummert auch was in mir. Da habe ich mein Potenzial in dem Sinne noch nicht ausgefallen. Schaue ich da mal rein. Frag ich mal nach. Aber die Dinge, die in der niedrigen Schwingung an dich herangetreten sind oder nur auf Kritik aus sind oder gar nicht mit dir in Resonanz treten, die tut man einfach von sich weghalten. Und wenn sie kommen, beachtet man sie nicht. Man ist dann aber auch nicht böse auf diese Menschen, sondern hat, wie anfangs gesagt, eher schon dieses Mitgefühl mit diesen Menschen. Man sagt, oh, schade, dass es ihm wahrscheinlich oder ihr wahrscheinlich so schlecht geht. Also, ich hoffe, man hat ein bisschen verstanden, was ich aus diesem Bild herausgelesen habe. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.